Im Sog der fallenden Immobilienpreise zeigt sich, dass Immobilien in guten Lagen weniger stark abwerten als Immobilien in zweitklassigen Lagen. Im fallenden Gesamtmarkt halten sich 1A-Lagen stabiler. Woran liegt das eigentlich? Das ist heute mein Thema. Ich spreche darüber, warum Immobilien in guten Lagen wertstabiler sind und woran sie erkennen, dass sich ihre Immobilie in einer guten Lage befindet. Zum Schluss rede ich noch über die Besonderheiten von Luxusimmobilien. Dranbleiben! Was zeichnet eine gute Lage bei Wohnimmobilien eigentlich aus? Eine gute Lage bedeutet, viele Menschen wollen an dieser Stelle wohnen. Die Ausprägungen des Wunsches, ich will dort an dieser Stelle wohnen, sind natürlich für jede Immobilienklasse verschieden. Idealerweise, idealtypischerweise ist das Einfamilienhaus zum Beispiel in einer ruhigen, netten Gegend mit ein bisschen Bäumen und wo es nette Nachbarn gibt, wo es wohlhabende Nachbarn gibt. Die Etagenwohnung im Vergleich ist dagegen im Zentrum der Städte besser angesiedelt als draußen in den Vororten. Idealerweise ist sämtliche Infrastruktur, die man zum Leben benötigt, die der Mieter oder der Bewohner zum Leben benötigt, nicht weniger als fünf Minuten fußläufig entfernt. Außerdem gibt es einen guten Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel und so weiter. Unterm Strich definiert sich alles herunter auf den Preis. In einer guten Lage werden sie einen höheren Mietpreis erlösen bzw. einen höheren Mietpreis bezahlen müssen oder einen höheren Kaufpreis bekommen bzw. einen höheren Kaufpreis bezahlen müssen als für vergleichbare Immobilien, die an anderen Orten liegen. Wenn viele Menschen in einer Immobilie wohnen möchten, dann ist es auch weniger schlimm, wenn einige Nachfrager wegfallen. Sie brauchen ja nur einen Käufer. Das bedeutet, selbst wenn sich die Situation dahingehend verschlechtet, dass die Nachfrage einbricht, wird immer noch eine Markträumung stattfinden, wenn ein Käufer übrig bleibt. Also bei der Markträumung treffen sich Käufer und Verkäufer, sie werden handelseinig und kontrahieren zu einem Preis X, zu einem hohen Preis X. Und dieses Wegfallen der Nachfrage ist genau das, was wir aktuell sehen im Moment. Schauen wir uns doch einmal die Zinsen von heute an. Die Nietzsche-Immobilienstandardrate steht am 2. März 2023 bei 2.036 Euro. Das bedeutet jetzt für Sie als Käufer, wenn Sie sich 450.000 Euro über die nächsten zehn Jahre leihen möchten und zwei Prozent tilgen, dann werden Sie eine Belastung von etwas über 2.000 Euro im Monat zu tragen haben. Hier nutze ich natürlich wie immer das Datenmaterial des Immobilienfinanzierers Dr. Klein. Vielen Dank dafür. Wenn Sie sich jetzt dieselbe Summe am 14. Dezember 2020, also vor zwei Jahren, ausgeliehen hätten, dann hätten Sie statt 2.000 Euro heute nur 885 Euro bezahlt. Und genau daraus erklärt sich der Effekt der aktuelle Auftritt bei Wohnimmobilien. Mit rund 1.000 Euro monatlicher Belastung konnte der Verkäufer die Miete für seine drei oder vier Zimmerwohnung sparen und stattdessen ins Eigenheim ziehen. Wohnen wurde also trotz des Eigenheims günstiger oder blieb von den Kosten her zumindest etwa gleich. Heute bezahlt der Käufer nun das Doppelte für die Finanzierung. Das führt jetzt dazu, dass Käufer zögern oder dass das Budget halt einfach nicht mehr ausreicht, weil der Haushalt keine 1.000 Euro übrig hat, beziehungsweise weil die Bank, die finanzierende Bank glaubt, dass der Haushalt keine 1.000 Euro mehr übrig hat. Wir kommen gleich zurück zur Lage, machen Sie sich keine Sorgen. Also das bedeutet weiterführend, wo ich als Makler früher zehn Käufer am Objekt stehen hatte, die das Reihenhaus alle genommen hätten, sind im Moment eben nur noch ein bis zwei übrig. Nämlich die, die sich trotz der gestiegenen Finanzierungskosten das Haus noch leisten können und wollen. Die anderen, die sind jetzt einfach weg, beziehungsweise die sitzen in ihren Mietwohnungen und befassen sich statt dem Immobilienkauf jetzt mit Urlaubsplanung, mit Kinderwunsch oder mit dem neuen Leasing-Sportwagen des besten Freundes, den man ja auch haben möchte. Gut, als Verkäufer benötigen Sie ja nur einen Käufer. Wenn also zwei übrig sind, dann reicht das aus, um die Immobilie zu verkaufen. Bei Immobilien, bei denen die Suche früher allerdings schon nicht einfach war und glauben Sie mir, die gibt es haufenweise, hätte ich 2020 vielleicht drei Käufer zur Auswahl gehabt. 2020, wo die Finanzierung 885 Euro gekostet hätte. Das bedeutet wiederum, ich muss mir als Verkäufer des Produkts mit der geringeren Aktivität, also hier unser geringer, wertigeres Reihenhaus, einen der beiden anderen holen, die vor dem guten Reihenhaus stehen und die das gute Reihenhaus kaufen wollen. Also wir erinnern uns ja, wir hatten ja zwei Interessenten vor dem Reihenhaus in der guten Lage stehen, die das kaufen wollten. Wie bekomme ich die? Also ich bekomme die da nur weg, wenn ich mein Reihenhaus entsprechend attraktiver mache. Und attraktiv bedeutet in diesem Kontext fast immer, dass sie den Preis, dass sie den Angebotspreis senken. Und genau jetzt sind wir wieder zurück bei der guten Lage. Der böse Verkäufer von um die Ecke, um der Ecke, um der Ecke in der B-Lage sozusagen, hat jetzt den Preis von seinem Haus gesenkt. Und dann sagt einer der beiden, die vor dem Haus in der guten Lage standen, oh ja, das ist jetzt für mich interessant, das Haus ist ja jetzt viel billiger als das in der 1a-Lage, so viel billiger, dass ich das nehmen werde. Und dann geht er von dem Haus in der guten Lage weg und geht zu dem Haus in der schlechteren Lage. Und so bleibt jetzt genau einer übrig, der das Haus in der guten Lage zu dem ausgeschriebenen Preis noch kauft und es erfolgt die Markträumung. Es erfolgt also die Markträumung zu dem höheren Preis, zu dem Preis, den der Verkäufer in der B-Lage schon nicht mehr erzielen konnte. Der Makler Richard Nietzsche geht zum Notar und macht sich dann mit seiner Provision die Taschen voll und der Verkäufer, der kann endlich auswandern. Aber Vorsicht, preisstabiler bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich die alten Preise halten. Es bedeutet nur, dass der Marktwert, also der erzielbare Preis zum Zeitpunkt X weniger schnell verfällt, als der Wert von anderen vergleichbaren Immobilien in einer weniger attraktiven Lage. Wenn also der gesamte Markt dauerhaft unter Druck gerät, werden auch die Preise in den sogenannten A-Lagen fallen. Nämlich genau zu dem Zeitpunkt, also zurück zu unserem Beispiel, wenn der zweite Käufer auch beginnt, woanders zu schauen, weil die günstigeren Angebote auch für ihn im Vergleich wieder ähnlich attraktiv werden. Oder weil er sich entschließt, gar nicht zu kaufen, einfach abzuwarten und sich stattdessen einen Leasing-Sportwagen gönnt. Den darf er ja auch bis mindestens 2034 fahren. Das bedeutet also, das sind jetzt noch elf Jahre. Also ich würde mir jetzt auch schon schnell so einen Sportwagen kaufen. Und dann hat er auch keine Probleme damit, dass ihm die Gasheizung in dem Haus, das er ja nicht gekauft hat, nächstes Jahr verboten wird. Jetzt haben Sie den Beitrag vielleicht bis hierhin gehört und jetzt fragen Sie sich, ja, was ist denn jetzt mit meiner Immobilie? Ist meine Immobilie, steht die in einer 1A-Lage oder ist es mehr so eine B-Lage? Wenn ich als Makler die Lage der Immobilie einschätze, dann kann ich nach verschiedenen Kriterien arbeiten. Zunächst werde ich mir den sogenannten Bodenrichtwert ansehen und diesen Bodenrichtwert mit anderen Bodenrichtwerten vergleichen. Die Bodenrichtwertkarte finden Sie inzwischen deutschlandweit fast immer bei den Bundesländern im Internet auf der Seite der jeweiligen Katasterämter. Sie machen also Google auf und geben einen Bodenrichtwert und ihr Bundesland. Bei uns in Hessen heißt das Ding Boris Hessen. Ich bin ja in Frankfurt, Immobilienmarkter in Frankfurt, Rhein-Main. Und dann kommt da so eine Karte, da geben Sie Ihre Adresse ein und der spuckt dann einen Bodenrichtwert aus. Aber Vorsicht, der Quadratmeterpreis, den Sie dort erfahren, lässt sich nicht eins zu eins umlegen auf Ihr Grundstück, da er sich ja auch das sogenannte Standardgrundstück bezieht. Das heißt also, wenn Sie die Werte aus der Bodenrichtwertkarte dazu rannehmen wollen, um Ihren Bodenwert zu berechnen, dann müssen Sie den Bodenrichtwert entsprechend des Standardgrundstückes modifizieren. Das ist aber ein anderes Thema, da können wir uns wann anders mal mit beschäftigen. Trotzdem sehen Sie natürlich bei den Bodenrichtwerten die verschiedenen Lagen und können die also untereinander vergleichen und sehen deshalb relativ schnell, ob Ihr Haus jetzt in einer guten Lage mit einem vergleichsweise hohen Bodenrichtwert steht oder ob es sich in einer weniger guten Lage mit einem geringeren Bodenrichtwert befindet. Und dann schaue ich mir vor Ort immer die Infrastruktur und die Attraktivität an. Und das ist auch der Grund, warum ich immer, wirklich immer rausfahren muss, um den Wert einer Lage beurteilen zu können. Ich bekomme ja ganz häufig so Anrufe, ja, das sind die Eckdaten meines Grundstücks, wie viel ist es denn jetzt wert? Können Sie mir das denn nicht am Telefon mal kurz sagen? Und dann sind die immer völlig geplättet, wenn ich Ihnen dann antworte. Also Sie können ja auch mal beim Arzt anrufen und können ihm sagen, ich habe also dreimal gehustet und oben links tut es weh. Können Sie mir jetzt sagen, ob ich Krebs habe? Natürlich wird er Sie auch in die Praxis holen. Und bei den Anfragen, die ich kriege, da geht es ja nicht nur um die Lage, sondern da geht es ja sogar noch um die Lage plus Aufbau. Das heißt also, dafür sollte man dann auch schon mal ins Häuschen reingegangen sein oder in die Wohnung. Bei der Beurteilung der Lage vor Ort hilft mir natürlich die Expertise meiner doch vergleichsweise langen Berufskarriere, weil ich als Makler einfach viele Immobilien verkauft habe und sehe oder gesehen habe, warum die Käufer die jeweiligen Immobilien nicht gekauft haben, wann die das Interesse verloren haben. Durch diese Erfahrung kann man die Parameter in etwa gewichten. Ein Beispiel, jeder weiß, dass eine Bundesstraße neben seinem Haus nicht besonders gut ist für die Lage. Aber der Laie, der kann nur schwer einschätzen, wie schlecht sie ist. Als Makler, deswegen habe ich das vorhin so ausführlich erklärt, suche ich ja immer den Preis, der den Markt räumt. Das ist also der Preis, bei dem nur ein Interessent übrig ist. Nur einer, der dann kauft. Ich hatte neulich einen Herrn am Telefon, der hat sein Haus bei einem Konkurrenten von mir verkauft, bei so einer Kette, die kennen sie auch alle. Und ich habe ihn dann gefragt, wie viele Interessenten das Haus denn wollten. Und dann sagte er mir, oh ja, das waren viele. Und dann habe ich geantwortet, naja, dann hat ihr Makler zu günstig verkauft. Warum zu günstig? Dann kommen wir wieder auf unser Beispiel. Wenn wir noch drei oder vier oder fünf Leute haben, die sich das Haus alle leisten können und dieses Haus alle haben wollen, dann muss man eben den herausfinden, der als letzter übrig bleibt. Das heißt also, der mehr bezahlt als die vier anderen. Das ist der Job, den du als Makler hast. Nicht die Bude irgendwie mal ganz schnell verkaufen und sich die Provision in die Tasche stecken. Aber das hört man als Eigentümer, der gerade angeblich erfolgreich verkauft hat, natürlich nicht so gern. Deswegen rufen sie mich lieber an, bevor sie ihre Immobilie verkaufen, statt dass sie wie der ältere Herr nach dem Verkauf kommen und dann nach dem Telefonat mit mir den ganzen Tag schlechte Laune haben. Aber ehrlicherweise muss man sagen, Makler sind ja auch keine Hellseher und die marktgängige Bewertung von Immobilien ist auch deshalb so schwierig, weil sie so individuell ist, weil sie so individuell ist, was ihnen gefällt. Wenn du jetzt da die besprochene Bundesstraße hast und auf der anderen Seite einen Wohnblock, wo 100 Parteien drin wohnen und dann kommen aber zufällig genau die beiden Familien zu dem Haus, was du verkaufst, die ihre Oma im Wohnblock neben dran wohnen haben, dann wirkt der Wohnblock nebenan genau in diesem Einzelfall werttreibend statt wertmindernd. Trotzdem kann ich es besser einschätzen als der Laie, der nur ein, zwei, drei Mal in seinem Leben eine Immobilie verkauft. Ich überlege mir das dann immer anhand einer Negativauslese. Also im Normalfall denke ich mir, finde ich x Personen, die dieses Haus haben wollen. Vielleicht zehn. Fünf verliere ich an der Bundesstraße. Die, die die Bundesstraße noch mitmachen, also die übrigen fünf, drei von denen verliere ich, wenn sie den Wohnblock nebenan sehen. Übrig bleiben die kurzsichtigen Interessenten. Die brauchen aber eine Bahn in der Nähe. Zur Bahnstation laufen sie zwei Kilometer, also fallen die kurzsichtigen Rollstuhlfahrer weg und von den drei sind dann noch zwei übrig. Und jetzt frage ich mich, kriege ich also einen von den übrigen beiden finanziert und bis zur Protokollierung. Ja oder nein? Nein, dann muss ich also am Anfang mehr als zehn haben. Die bekomme ich dadurch, dass ich den Preis günstig erstelle. So und dann haben wir ja aktuell auch noch Immobilien, bei denen die Käufer gar keine Finanzierung benötigen. Beispielsweise Villen in einer besonders guten Lage oder die Wohnung im Luxuswohnturm für 30.000 Euro den Quadratmeter. Zwar ist dieser Markt von der Finanzierung entkoppelt, jedoch auch nicht vom allgemeinen Marktumfeld, weil sie im Regelfall mit Personen sprechen, die halbwegs Ahnung von Marktmechanismen und Märkten haben. Sonst wären die nämlich nicht so reich geworden, dass sie den Immobilienkauf ohne Finanzierung locker stemmen könnten. Deshalb bricht hier auch die Nachfrage ein. Also man sieht in dem Luxusmarkt auch schon weniger Transaktionen im Augenblick. Andererseits bleiben die Preise trotzdem stabil, weil wir auf der anderen Seite auch keine Anbieter haben, die jetzt den Preis senken müssen, um nicht in die Insolvenz zu gehen. Das bedeutet, hier ist jetzt der Verkäufer bzw. der Vertriebler des Verkäufers gefragt, der genau die eine Person bringt, die diese Immobilie jetzt trotzdem noch kauft. Und in diesen Fähren kann ich mit gutem Vertrieb wirklich eine Menge machen, weil diese Leute auf Customer Experience stehen und sich tatsächlich wahnsinnig gern Dinge verkaufen lassen, wenn man weiß, wie man sie triggert. Bei solchen Luxusobjekten ist natürlich der Service des Maklers gefragt. Also als Beispiel, Sie kennen ja bestimmt den Spruch, wenn der Kunde sagt springen, dann fragst du nicht, warum, sondern wie hoch du springen sollst. In diesem Bereich läuft es ein bisschen anders. In diesem Bereich hast du nämlich die Füße bereits in der Luft zu haben, sobald sich der Kunde überlegt, dass du mal springen könntest. Wenn du das allerdings so machst, dann funktioniert es auch mit dem Verkauf. Wenn Sie jetzt also so ein Objekt haben und das verkaufen oder vermieten wollen, dann können Sie mich ja mal anrufen und dann können Sie beobachten, wie ich springe. Kostet den Eigentümer dann allerdings auch 6% Provision. Und ja, nur den Eigentümer, nur der Eigentümer bezahlt bei mir für meine Leistung. Dafür finde ich aber auch einen Käufer für Sie. Und ich tanze auch, wenn Sie sich überlegen, dass ich tanzen soll. So, genug der Werbung, machen wir mit Werbung weiter. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann geben Sie mir bitte einen Stern im Podcast bzw. einen Daumen hoch in YouTube. Das hilft dem Algorithmus. Und der Algorithmus hilft mir, langfristig auf Sendung zu bleiben und Sie über aktuelle Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt und alles, was man sonst noch über Immobilien wissen sollte, auf dem Laufenden zu halten. Mit einem Abo sind Sie immer ganz nah dran. Wenn Sie ein Objekt zu verkaufen oder vermieten haben in Frankfurt und der Region Rhein-Main bzw. auch Investmentobjekte deutschlandweit bzw. sogar weltweit in ausgesuchten Regionen, dann rufen Sie mich doch einfach mal an oder nutzen Sie den Link unter dem Beitrag. Demnächst geht es weiter mit einer News-Update-Folge. Also dranbleiben. Bis dahin alles Gute. 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 Bis zum nächsten Mal.